Deitrading 7.09.2020 von 7 Uhr bis 10 Uhr Gewinn, 5865 Euro Autor De seltsamek kennt sie YouTube Name Gewinn GES Gewinnzeitstück Kaufpreis GES Kaufverk GES FGV Turbo Zertifikat auf Gold-PUT ISIN D0 LS727S 6 WKN LS727S Gold-PUT 640,00640,007 Uhr bis 7 Uhr 48 2004,1050,8200,10 2004,425,0850,2000 Turbo Zertifikat auf HelloFresh SE-Call ISIN D0 LS7PR90 WKN LS7PR9 HelloFresh Call 150,00790,007 Uhr 49 bis 7 Uhr 51,500,00,2400,1200,200,2700,1350,2000 Endlos Turbo Zertifikat auf DAX ISIN D0 LS56 VQ 8 WKN LS56 VQ DAX D8 DAX 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 Turbo-Zertifikat auf Brandgrude Oil Future 11 2020 Klammer auf Ice Europe Klammer zu USD Schrägstrich Call ISIN 0LS7RJ64 WKN LS7RJ6 Oil Call 250,002915 2009 Uhr 9 bis 9 Uhr 12 5001,3150 6575 2001,3650 6825 2000 Endlos Turbo-Zertifikat auf DAX-PUT ISIN 0LS6QL96 WKN LS6QL9 DAX-PUT 440,003355 2009 Uhr 13 bis 9 Uhr 17 1007,3850 7385 2007,8250 7825 2000 Optionsschein auf DAX-Call ISIN 0LS7W0V 6 WKN LS7W0V DAX-Call 1200 2455 2009 Uhr 19 bis 9 Uhr 24 20.00000,3350 6700 2000,3950 7900 2000 Endlos Turbo-Zertifikat auf DAX-ISIN 0LS6G5F 9 WKN LS6G5F DAX-PUT 70 2000 4625 2009 Uhr 27 bis 9 Uhr 29 120 1009,1650 9165 2009,1650 9165 2009,2350 9235 2000 Optionsschein auf DAX-PUT ISIN 0LS7TE 42 WKN LS7TE 4 DAX-PUT 90 2000 4715 2000,4715 2009 Uhr 32 bis 9 Uhr 34 513,2050 6,650 13 3850 6,692 50 Turbo-Zertifikat auf Gold-Call ISIN 0LS7TE 4 ISIN 0LS720 X 27 WKN LS720 X 2 Gold-Call 400,005115 2009 Uhr 36 bis 9 Uhr 38 500 2,090 500 52,0 95 50 10 475 575 50,00 5 410個人 IL 6653 X 4 WKN LS1550 X 5 Call 750,005865 2009.39 bis 9.41.100.00,06156.150.200,06906.900.2000.